A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, E, Ö und das Übenlernen ist es nie zu früh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, E, Ö, Ü und S, Z, nun ist das Alphabet komplett